Musik Wir sind auf der Kinderintensivstation am Klinikum Augsburg. Wir sind eine interdisziplinäre Intensivstation. Das heißt, wir versorgen Frühgeborene von der ersten Lebensminute bis aber hin zum jugendlichen Alter und jungen Erwachsenenalter. Ich liebe die Abwechslung, also zwischen klein und groß, dass man sich nicht entscheiden musste. Wir haben ja wirklich von Frühchen bis große Patienten eben einfach alles. Dann liebe ich sehr, in unserem Team zu arbeiten. Wir haben wirklich ein gutes Klima, ein gutes Verhältnis untereinander, haben auch viel Spaß miteinander, machen auch immer wieder in der Freizeit was gemeinsam. Ja, und die Arbeit an sich finde ich einfach schön, dass wir diesen Kindern auf die Welt helfen, dass wir den größeren Kindern in die Gesundheit zurückhelfen und auch, dass da was zurückkommt. Also wenn wir dann von den Eltern und den Kindern immer wieder besucht werden und dann sieht man, was aus den Kindern geworden ist, das ist schon schön. Im Rahmen einer Notfallsituation rückt man schon sehr eng zusammen. Ja, und man erlebt viele tolle Sachen zusammen und man erlebt eben manchmal auch Sachen, die traurig sind. Weil hier geht es nicht um irgendwelche Geldbeträge oder um irgendwelche Sachen, die kaputt gehen können, sondern bei uns geht es halt um Menschenleben und bei uns wird niemand allein gelassen. Und wir sprechen danach mit den Kollegen, wie es ihnen jetzt mit der Situation geht und was man für sie tun kann. Und es schaut dann nach einem Weg, wie deren Mitarbeiter eben jetzt da am besten damit zurechtkommt. Wirklich was Besonderes bei uns auf der Station ist einfach, dass wir für Pflegekräfte, die mindestens ein halbes Jahr Intensiverfahrung haben, eine Fachweiterbildung anbieten. Diese Fachweiterbildung, die jetzt bei uns vonstatten geht, die ist wirklich bundesweit anerkannt und die Chancen in anderen Häusern damit einen Job zu finden, sind extrem gut. Ich habe in einem Uniklinikum gelernt und ich fand das eigentlich immer ein sehr, sehr angenehmes Klima. Ich denke, Forschung bringt uns sicherlich noch ein paar andere Krankheitsbilder, interessante Krankheitsbilder, wo man wahrscheinlich unheimlich viel noch lernen kann. Also es ist einfach eine sehr, sehr belohnende Arbeit, weil man einfach in einem Team wirklich viel Spaß haben kann. Und für das persönliche Leben einfach Dinge gewinnt, die einem absolut festigen. Dass man einfach auf beiden Füßen steht und auch wirklich im Ganzen von dieser Arbeit profitiert und nicht nur auf der Station. Die Anzahl der kranken Patienten steigt und wir sind eigentlich von den Betten her immer ziemlich ausgelastet. Wir brauchen deshalb eben auch mehr Personal, damit wir auch unsere Patienten adäquat versorgen können. Ja, da suchen wir neue, motivierte, junge Kollegen. Nicht nur junge. Ja, da stellen sie mich. Ich bin ganz süß. Menschen sind ganz süß. Ich bin sehr süß. Ich bin ganz süß. Ich bin ganz süß. Ich bin ganz süß. Vielen Dank.